Und so schnell aktivierst du deinen Neuvertrag bei O2. Hallo und herzlich willkommen bei O2. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du in wenigen Schritten deinen neu bestellten O2-Vertrag aktivierst. Alles was du dafür benötigst, ist ein Laptop, PC oder Tablet mit Internetzugang, den Willkommensflyer mit der O2-SIM-Karte und dein Handy. Im Willkommensflyer findest du neben deiner neuen SIM-Karte auch eine kurze Zusammenfassung zur Aktivierung der SIM-Karte, inklusive dem Link o2.de slash aktivieren. Und diesen Link öffnen wir jetzt. Ich nutze dazu meinen Laptop. Öffne als erstes meinen Standardbrowser, in diesem Fall Safari, und gebe den Link in die Adresszeile ein. o2.de slash aktivieren. Und Enter. Folgende Webseite öffnet sich, auf der du deinen Neuvertrag aktivieren kannst. Scrolle dazu etwas nach unten und trage in dieses Feld die 19-stellige SIM-Kartennummer ein. Diese findest du direkt auf der SIM-Karte aus dem Willkommensflyer. Übertrage die SIM-Kartennummer nun vollständig in das Feld. Anschließend wirst du zusätzlich gebeten, das Geburtsdatum der Person einzutragen, auf welche der neue Vertrag abgeschlossen wurde. Nun nur noch ein letzter Klick auf Jetzt aktivieren. Und die Aktivierung deines o2-Vertrages ist abgeschlossen. Du kannst die SIM-Karte jetzt in dein Handy einlegen. Die PIN der SIM, welche du gleich benötigen wirst, findest du übrigens an dieser Stelle auf dem SIM-Kartenrahmen. Nachdem du diese PIN nun in dein Handy eingegeben hast, kannst du deinen neuen o2-Vertrag ab sofort vollumfänglich nutzen. Wir schicken dir innerhalb kürzester Zeit diese SMS mit deiner neuen Mobilfunknummer und deiner deutschlandweiten Festnetznummer zu. Kommen wir jetzt noch zur Registrierung deiner Rufnummer bei mein o2. Scrolle dafür in deinem Browser etwas nach unten und klicke auf Weiter zur Registrierung. Hier wirst du gebeten, deine soeben per SMS erhaltende Mobilfunknummer in das entsprechende Feld einzutragen. Und genau das tun wir jetzt. Klicke anschließend auf Registrieren. Solltest du bereits einen o2-Vertrag besitzen, kann es sein, dass du diese Meldung angezeigt bekommst. Ich empfehle dir an dieser Stelle, erneut auf Registrieren zu klicken, um einen eigenen Login für jeden deiner Verträge zu erstellen. Du erhältst nun eine weitere SMS von o2 mit einem vorläufigen Kennwort. Diese wird in etwa so aussehen. Übertrage dieses Kennwort nun in die Zeile Vorläufiges Kennwort und achte dabei auf die konkrete Schreibweise inklusive Groß- und Kleinschreibung. Denke dir anschließend ein eigenes Kennwort aus und trage es in die Zeile Neues Kennwort ein. Solltest du bei der Wahl deines Kennwortes Unterstützung benötigen, haben wir dir an dieser Stelle ein paar hilfreiche Tipps hinterlegt. Nachdem du dein neues Wunsch-Kennwort eingegeben hast, klicke auf Registrierung fortsetzen. Deine Registrierung bei mein o2 ist nun erfolgreich abgeschlossen. Falls du dich zukünftig auch mit deiner Mailadresse einloggen möchtest, kannst du diese in die dafür vorgesehenen Felder eintragen. Diese weitere Variante zum Loggen hat vor allem für Leute wie mich, welche sich ihre Handynummer nicht direkt merken können, einen großen Vorteil. Klicke anschließend darunter auf Weiter mit E-Mail. Du erhältst nun einen Link an deine eingegebene Mailadresse geschickt, den du einfach einmal anklicken musst. Somit kannst du dich in Zukunft auch mit deiner Mailadresse in den mein o2-Bereich einloggen. Ich mache das später und klicke nun auf mein o2. Gebe hier deine soeben erstellten Loggendaten ein und klicke auf Einloggen. Im mein o2-Bereich hast du nun die Möglichkeit, deinen aktuellen Verbrauch jederzeit einzusehen, Zusatzoptionen und Packs zu buchen, deine Rechnung einzusehen und vieles mehr. Übrigens, lad dir gerne auch die mein o2-App auf dein Smartphone, um jederzeit auch mobil deine o2-Verträge im Überblick zu haben. So schnell und einfach ist dein neuer o2-Vertrag aktiviert und bei mein o2 registriert. Sollte dir das Video geholfen haben, lass doch gern ein Like da. Und wenn du in Zukunft noch weitere hilfreiche Videos, zum Beispiel zur mein o2-App sehen möchtest, dann abonniere doch gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan.